Das war die letzte Limo heute. Der Gwampert macht gleich einen Kassensturz. Er hat doch schon im Simi gesagt, dass er heute nicht mehr kommt. Bringst du mir einen Obstler? Im Ernst? Spatzl, du hast doch dein ganzes Leben noch nie einen Tropfen Alkohol drungen. Die Mama ist heute nicht zu Hause. Die ist beim Romyabend. Ich kann dir auch einen Wodka bringen. Den riecht man nicht so. Nee, bringe ich mir einen Obstler. Gwampert, ein Obstler! Der steht noch hinter den Boxen von der Ramona im Geburtstag. Ich hab dir hundertmal gesagt, dass du während der Schicht nichts mehr trinkst. Doch nicht für mich. Für den Uwe. Für den Uwe? Ja, geht jetzt noch ein absurdes Kassensturz. Wenn der Ramona einen anfassen wird, den würde ich pattern. Wie gut kannten Sie denn den verstorbenen Herrn Leitmeier? Naja, wir haben ein Bier zusammen getrunken, aber viel Kontakt hatten wir nicht. Naja, bei den Arbeitszeiten kommt man ja zu nichts. Die Spätfilme sind erst nach Mitternacht zu Ende. Da haben Sie sicher einen Schlüssel für den Vorführraum gehabt. Schon, ja. Sagen Sie, dieses Netzgerät gehört nicht zufällig Ihnen, oder? Was? Nein. Sicher. Das haben Sie auch noch nie in der Hand gehabt. Nein, das hab ich noch nie gesehen. Das haben Sie auch noch nie in der Hand gehabt.